die märkte sind gefangen jeder in seinem spiel der dax in einer seitwärtsbewegung allerdings mit tendenz nach oben da wollen wir noch gar nicht so böse sein wenn wir uns allerdings den dax future anschauen heute also das intraday geschehen da müssen wir schon sagen so richtig dolle also es ist immerhin eine aufwärtstendenz sehen wir mal fröhlich 11. mai das war hier und jetzt stehen wir da oben irgendwo also insofern das ist schon mal nicht ganz schlecht was wir da jetzt sehen aber ihr seht auch wenn wir ehrlich sind seit mitte april ist das eine seitwärtsbewegung die wir haben immerhin mit leichter tendenz nach oben also das was ich mal angedeutet habe die box die wir eigentlich noch mal spielen sollten da scheint der markt aktuell wenig interesse zu haben die aktiv anzugehen also da bin ich im moment noch nicht so sicher ob er sie wirklich anspielen will das war eine kiste die wir mal im sinne einer aufwärtsbewegung pause aufwärtsbewegung pause mal so grob orientierungstechnisch mal hingestellt haben das geht so ungefähr beim dax future 15.760 in etwa das tief ist 15.630 in etwa und alles oberhalb des märz 22 märz hochs hier 15.464 beim index ist das die 15.300er marke alles was oberhalb bleibt beim dax das ist erstmal safe will er denn runter tatsächlich sieht das im moment gar nicht so sehr danach aus jetzt könnte man sagen naja entweder man macht die stops irgendwo hier unten hin damit wir bei kleineren rücksetzer nicht sofort rausfliegen oder eine andere alternative man zieht die stops hier auf diese tiefs hinterher also eine möglichkeit könnte ich mir jetzt vorstellen wäre hier 15.893 denn solange die bewegung ja weiter hoch geht muss man ja nicht zwingend rausgehen also ich bin nicht zwingend jetzt ein freund für short auch wenn ich nach wie vor es sehr gerne sehen würde dass er das macht einfach damit es ein bisschen aufgeräumt ist diese typischen chartmuster sich so ein bisschen widerspiegeln da in der marktbewegung das muss er ja nicht machen wenn man das nicht aussitzen will und aus sorge dass es vielleicht dann ja noch weiter geht dann wäre eben wie gesagt so die letzten zwischen die ist theoretisch schon heute oder so die der letzten tage hier ungefähr beim future auf 15.900 also die werdet ihr dann schon finden wir müssen nur aufpassen wenn ihr bei anderen kontrakten unterwegs seid inwieweit das vielleicht nochmal umdiskontiert wurde na gut also insofern so richtig druck nach unten ist nicht da nehmen wir das mal ganz positiv auf solange der markt also da auf dem weg nach oben ist ja soll man da jetzt reinsteigen ich finde das zu sehr kraut und rüben also ich weiß es nicht wie es euch geht vielleicht seid ihr total begeistert latent sehe ich hier jetzt eher die aufwärtsseite aber mir ist es zu viel hin und her gehackselt und keiner weiß so richtig nichts alle richtungen sind so halbwegs steil mir ist das nicht geheuer nennt mich ein feigling aber da bin ich dann doch eher etwas zurückhaltend unseren handelsansätzen entspricht das sowieso nicht also insofern kann ich da für uns jetzt zumindest mal eh nicht aktiv werden wenn ich privater trader wäre würde ich auch lieber meine finger davon lassen ehrlich gesagt aus aktueller sicht auch wenn ich damit vielleicht eine bewegung verpasse da bin ich hart gesotten was das angeht gehen wir auf den dow jones der gefällt mir eigentlich gut denn er erfüllt das was ich sowieso eigentlich ganz schick finde nämlich dass wir nochmal in diese kiste reingehen ihr wisst ja hier oben 38 50 61 8 das ist so die grobe box da waren wir ja schon drin aber wir waren zu früh zumindest mal aus der statistischen sicht ist es immer schicker wenn es nicht zu schnell geht wir haben immer so diese spiegellinie also anstieg und rücksetzer als orientierungshilfe und das war einfach zu früh zu tief unterhalt also nicht von der höhe zu tief sondern zu weit links sozusagen von der spiegellinie jetzt sind wir ungefähr da in dem bereich lass den doch noch mal ein bisschen tiefer gehen die gelbe linie hier übrigens repräsentiert die gleiche länge dieses rücksetzers hier nochmal das muss nicht passieren dass er bis da runter geht aber ich habe das immer gerne im blick dann sehe ich was so ungefähr ähnliche größenverhältnisse sind und dann fällt das dann ein bisschen besser auf also so aus der hüfte geschossen würde ich sagen lass den armen kerl noch mal ein bisschen fallen 32.800 fände ich schick vielleicht 32.700 alles auf future gemessen jetzt hier vielleicht noch 32 500 aber ob so viel noch runter muss werden wir da mal sehen den eindruck habe ich nicht denn hier vorne waren wir noch relativ stark hier sieht es ja dann doch schon halbwegs schwächlich aus also von der von der bewegungsgeschwindigkeit ich glaube im bullischen sinne dass er das nicht mal mehr ausreizt da unten drunter sondern vielleicht schon ein bisschen früher drehen bisschen tiefer finde ich ganz schick ob er das tatsächlich tut werden wir sehen aber dann hätten wir zumindest so unser klassisches bild ich kann das hier nochmal einzeichnen eine klassische abc korrektur und wenn es dann anschließend nach oben geht ihr wisst mein grob ziel ist nach wie vor wenn es jetzt nichts dramatisches passiert also wenn er da jetzt natürlich komplett durchsackt dann ist das thema geschichte aber mein grob ziel ist immer noch so richtung 38.000 zu gehen also jetzt einsteigen na für mich ist das jetzt kein einstieg jetzt hier einfach willkürlich irgendwie oder der findet auch 38.000 gut da gehe ich mal long naja ob ihr auf mich hören sollt ist eine sache aber das ist für mich kein argument allerdings wenn wir jetzt hier noch mal tiefer gehen also quasi irgendwie dieses verhaltensmuster im groben haben dann wären diese hochs hier eben die entsprechenden trigger um dann rein zu gehen immer noch 5.000 hier in etwa nach oben offen stimmt das ja tatsächlich so viel ist das noch also insofern wir haben keine eile im großen bild unbedingt rein zu kommen da wir hier im index update am nachmittag allerdings ja auch gerne mal auf kleineren ebenen gucken wäre das dann im prinzip auch wenn wir hier dann irgendwie sowas bekämen aber ihr seht ich zeichne das noch in der zukunft ich glaube es im moment noch nicht so richtig dass das passiert aber da lasse ich mich auch gerne überraschen nehmen wir mal ich vertue mich und das passiert jetzt schon naja dann werde ich es ja wohl auch erkennen denn es kommt mir auf dieses muster an sobald ich das hier irgendwie sehen kann ist das entsprechend passend also die kiste noch mal 33.000 ist da sind wir fast dran beim future und so die unterseite der kiste ich sag mal so ungefähr 32.600 in etwa notfalls 500 das wäre die gelbe marke hier das wäre etwas und dann eben entweder im kleinen hier die einstiege oder zur not dann eben hier oben erst den einstieg 33.865 oder was das denn genau ist wäre im moment allerdings eben noch einfach zu früh im nahkampf chart naja wenn ich hier im 5 minuten chart gucke wir gehen zwar nach oben aber ist das schon schöner anstieg ich sag mal so ein gewisser lackmus test ist wenn ihr wirklich jetzt bullish seid dann wollt ihr eigentlich nicht mehr dass der kurs da so durch diese zwischenhochmarken durchgeht dann könntet ihr immer noch sagen naja das ist ja hoch gegangen und dann ist hier eine pause und dann hoch und dann ist eine pause also solange wir oberhalb dieser marken bleiben die liegen bei 33.130 33.120 in etwa solange der kurs oberhalb bleibt ja finde ich die long seite besser aber ihr ahnt es schon so wie ich es jetzt gezeichnet habe wäre es eher ein fünfweller und die fünfte welle die handle ich nicht so gerne weil sie also ich mag die dritten lieber allerdings wenn es dann tatsächlich so halbwegs aussieht und jetzt dann die korrektur dieser geschichte kommt also fünf feller hoch fünf feller ist immer die haupt trend richtung gerne entweder sieht die dann so aus wie ich es eben gezeichnet habe also das ist das was hier ist oder von mir aus auch so und das sieht auch gut aus also da gibt es auch nichts zu maulen und anschließend eben wie gesagt ein korrekturmuster dreiwellig oder eben mit kursüberschneidung hier sowas in der art das wären alles ganz gute indizien vielleicht für den zwischen long jetzt mal zumindest aktuell für den heutigen nachmittag muss ich sagen der short seite kann ich aus diesen chart noch nichts abgewinnen also insofern wären trigger immer wieder für fortsetzungstraits wohlgemerkt also ihr seht dass es eher wackelig runter geht also so diese zwischenhochs wenn man sagt ich würde so gerne noch mal reingehen auf der long seite dann lasst euch immer wieder auf dieser long seite hier rein aber zieht dann schnell auch den stopp nach denn es sind fortsetzungstraits wie weit es noch nach oben geht dann lieber zwei dreimal handeln intraday händler mögen das sowieso ganz gerne und dementsprechend ist das sicherlich kein fehler wenn jetzt etwas längerfristig ist ich finde wartet auf dieses bild also was ihr macht wie gesagt ich will euch da nicht irgendwie zu irgendwas verführen darf ich im zweifelsfall eh nicht aber für uns ist das jetzt im etwas größeren bild im prinzip noch ein bisschen abwarten das würde übrigens zum momentum ganz gut passen das ist zwar hier keine nicht in stein gemeißelt was hier ist aber ihr seht dass das einigermaßen gut synchronisiert war hier in der vergangenheit man kann also jetzt nicht sagen dass es überhaupt keine keinen bezug hatte zum chart also der indikator und der sagt naja lass ihn noch ein bisschen pause machen und wenn es dann wieder dreht das könnte durchaus passend sein mit dieser geschichte dann werden das sicherlich wieder long avancen im s&p 500 das ist der zerrissenste weil er hat natürlich die tag titel mit drin insbesondere die schwergewichtigen sind da durchaus fett mit vertreten und ihr seht der traut sich nicht runter wie der dau aber kommt auch nicht hoch wie der nasdaq also dementsprechend hier sieht man ganz deutlich dass es eben nicht der breite markt ist der aktuell jetzt hier so nach oben geht sondern dass es im einzelnen dann tatsächlich einzelne tag titel sind die das ding dann mal hin und wieder pushen und oder gepusht haben und jetzt hier aktuell eher für so eine seitwärts richtung und zwar eine extrem ja seitwärts gerichtete hin und her wackelei hier eben haben also mich verführt das eigentlich nicht so sehr wer unbedingt jetzt sagt ach rüdiger ich will unbedingt jetzt hier irgendwie was drin machen da kann sich ja überlegen ob man sagt okay wenn ich hier irgendwelche oberseiten das ist nicht mein handelsansatz aber irgendwie die oberseiten durchstoße dieser seitwärtsbewegung dann versuche ich meinen long ja okay wenn es dann sein soll unbedingt zum beispiel dieses zwischenhoch hier ungefähr 4157 ich mache es noch mal ein bisschen größer viele schimpfen ja immer wenn ihr auf den kleinen geräten guckt also das wäre jetzt hier zum beispiel 15. mai so im vormittag irgendwo sie diese hochs die könnten eben einen möglichen trigger eben für die long seite eben bieten für die short seite wir sind ja hier schon eigentlich seitdem sind wir short und das ist ja ebenfalls abwärts dieses teilstück hier ich mache es nochmal groß also das war der höchste punkt das heißt alles was da da ist ist die abwärts seite aktuell die sieht ja auch nun nicht wirklich zum nutzen aus hier und auch das ist eine ganz klare abwärts bewegung aber die sind auch wieder wackerlich das ist der grund warum ich sage wohl eher dann doch die long seite aber für mich wenn dann auf jeden fall mit der trigger situation hier nicht einfach reingehen auf gut glück sondern wirklich wenn der markt das hier entsprechend triggert also ihr seht ich bin nicht sehr glücklich das heißt wenn ich ehrlich bin bin ich total glücklich denn wenn ich nichts sehe dann mache ich auch gerne mal nichts oder suche mir eben einzeltitel raus die dann vielleicht ein bisschen besser aussehen aber ich weiß dass viele natürlich sagen jetzt höre ich dir hier schon zu schenk dir meine zeit und dann erzählst du mir das ist auch keine ahnung aber so ist es mitunter wenn es der chart halt nicht hergibt warum nochmal der chart ich hatte das am montags video nochmal erklärt der chart ist ja nicht jetzt meine meinung unter das chart viele sagen aber der chart kann nichts nee der chart kann auch nichts der entscheidet auch nicht aber der chart stellt das dar was die marktteilnehmer machen und die sind ja nun für die preisfindung maßgeblich entscheidend nur das was die machen wie die reagieren auf nachrichten auf situationen auf informationen das ist das was den preis nachher bewegt deshalb gucke ich gerne auf den chart weil dann sehe ich wie die marktteilnehmer drauf sind und wir haben es beim s&p gesehen die haben alle keine ahnung und dann stelle ich mich gerne nicht vorne hin und sage ich habe aber ahnung ihr müsst mir jetzt alle hinterher weil im zweifelsfall hören den nehme ich nicht auf mich und dann ist doof so dann haben wir den nasdaq hier den machen wir auch nochmal eben groß hier die bewegung das war eine die wir angesprochen haben jetzt hat er dann doch noch finally mehr oder weniger die 100er marke erreicht wenn auch sehr zittrig ob man das jetzt als einen tollen trade tatsächlich auch überlebt hätte oder hier nicht vielleicht sogar raus geflogen wäre naja wäre immer noch positiv aber ihr seht das ist hier jetzt nicht auch nicht beim nasdaq selbst der ist sagen wir mal einigermaßen mühsam unterwegs aktuell allerdings muss man dazu sagen waren das ja das haben wir ja mehrfach angesprochen schub also sogar 5 fällig 1 2 ich mach es nochmal mit mit dinge 1 2 3 4 5 klar korrektiv nach unten beziehungsweise eigentlich sogar hier mit intern noch so von mir ist 1 2 3 4 5 6 7 so halbwegs aber es ist eben korrektiv wegen der vielen kursüberschneidung wir sehen dass die zwischen hochs immer wieder mit den anderen tiefs hier überlappen hier ebenfalls sind alles bullische szenarien gewesen weil die starke seite hoch schwach runter aber jetzt hat man irgendwie den eindruck dass das mit der starken seite auch nachgelassen hat denn wir hatten hier eine gegenbewegung okay wir haben hier eine gegenbewegung okay wir haben hier eine gegenbewegung die sind alle überschneidend bei der würde ich mir noch nicht die großen sorgen machen weil die einfach viel größer ist das ist ähnlich wie hier die ist ja auch eine gegenbewegung aber die ist noch größer als die aber wenn ähnlich große und das hier und das hier die sind nun mal ähnlich groß ja also ich mache das mal weg jetzt sagt das ist ziemlich ähnlich groß wenn ähnlich große überschneiden sind dann fängt das schnell an irgendwie die frage aufzuwerfen das ist nicht gut das ist häufig am ende einer bewegung also vielleicht bräuchte der markt hier tatsächlich mal irgendwann eine pause machen wir mal hier alles geklär weg damit dass ein jungfräulicher chart ist also ich würde mich nicht wundern wenn ich so ein szenario sehe einige denken vielleicht an sowas wie ein ending der jörgene völlig zu recht in trendrichtung aber immer mehr korrektiv aussehend also wundern würde es mich ehrlich gesagt nicht wenn das so langsam aber sicher hier dem ende entgegen geht das ist ja nicht zwingend für immer keine sorge ich werde immer geschimpft so von wegen aber der markt ist so stark und so was weiß ich was ja aber so sieht das nicht aus wenn die wirklich richtig lust haben aber wie gesagt man muss ja noch nicht unbedingt auf die short seite wechseln also für mich ist das ending ein zeichen das ende naht aber das ende naht heißt nur ein bisschen vorsichtiger vielleicht den stopper ein bisschen enger hinterher ziehen nicht notwendigerweise short es gibt hier für mich null anzeichen aktuell hier short zu gehen wer wer unbedingt shorten möchte der könnte sich orientieren an diesen zwischentiefs dann wäre sicherlich dieses tief hier was wir hatten was ist denn das zwölfte mai 20 uhr oder irgendwie abends das liegt ungefähr beim im future bei 13.311 das wäre ein möglicher trigger für die short seite ich nutze das hier nicht das gehört nicht zu unseren handelsansätzen aus dem ending heraus zu handeln aber wer jetzt sagt naja ich brauche aber irgendwie einen trigger und ich muss diesen markt unbedingt rüdiger anders kann ich nicht leben wäre das eine möglichkeit denn solange die steigend sind ist es noch ganz okay aber wenn der dann irgendwann mal da durchgeht ich sag mal vorläufiges ziel wäre dann in etwa diese marke das letzte zwischentief wo dann diese wackelei angefangen hat und das ist 12.800 also das wäre wie gesagt nicht mein ansatz aber wenn er die 13.300 durchstößt dann wäre die 12.800 so meine ich sag mal interessensmarke ob er die dann ganz erreicht aber würde ich mich nicht wundern und kann auch deutlich tiefer gehen aber das wird dann hier entschieden wie die marktteilnehmer drauf sind oder ob sie nicht sagen auch klassisch wäre das sowieso eine ganz gute unterstützung jetzt trauen wir uns wieder ja also das entscheiden die marktteilnehmer an der stelle weder ich noch der chart entscheidet dass die marktteilnehmer entscheiden dass wenn sie dahin gehen aber ob sie dahin gehen ich sag mal zumindest eine frühe indikation wäre die 13.300er marke und wenn das jetzt noch mal so ein paar mal so geht und sich so zuspitzt dann könnt ihr gegebenenfalls eure möglichen short entries da entsprechend nachziehen anschließend naja beim dauer sehe ich es halt als ein relativ bullisches bild beim s&p und nasdaq bin ich mir da nicht so sicher weil der übergeordnete sehr was ist denn das hier dabei würde ich so gerne bullisch sein tech ist sicherlich der geile scheiß der zukunft da machen wir uns nichts vor aber schön ist anders was ich hier sehe also die marktteilnehmer sind da noch nicht so richtig glücklich mit und schmeißen ihr geld dann nur zögerlich rein ich weiß der anstieg war fabulös das waren hier immerhin 30 prozent die der markt hier gestiegen ist seitdem also man kann jetzt ihm nicht vorwerfen dass der kurs nicht gestiegen ist aber die frage ist wie widerwillig also ein bisschen erinnert mich dass man sitzt im restaurant ja der teller ist komplett aufgegessen aber man hat den angesehen dass es eigentlich nicht gerne machen dann ist die frage kommen die wieder oder haben die nur alles aufgegessen weil sie unbedingt essen mussten und in dieses lokal kommen sie nicht wieder rein komisches beispiel vielleicht ein bisschen eigenartig aber vielleicht zeigt euch dass die analogie worauf wir gucken und ich mag gerne dass leute begeistert sind wenn sie irgendwo kaufen und das habe ich hier den eindruck nicht denn dann würden sie nicht dauern wieder sich so hier die wurst vom teller ziehen lassen mit diesen bewegungen die wir da haben so ihr seht es gibt kein grund jetzt hier die shortseite zu spielen außer wenn er diese marken triggert ich habe euch ein paar interessante trigger marken genannt sind alle nicht geeignet mein lieblings ansatz zu fahren viele von euch wissen ja wie mein lieblings ansatz aussieht aber wenn ich dieses pattern nicht habe dann mache ich lieber nichts da bin ich dann sehr zurückhaltend aber damit ihr zumindest ideen habt und sei es als filter wenn ihr sagen ich habe noch ganz andere ansätze die ich benutze dann könnt ihr auch diese marken die ich hier genannt habe vielleicht als ein filter und sagen okay das ist auch eher short und dementsprechend vielleicht dann eher auch für euch dann die möglichkeit das nach eurem gusto anzupassen in diesem sinne wünsche ich euch für den moment erstmal alles gute und sage ganz liebe grüße